ok wir gehen ins Haus 37 Meter können wir das Licht da hinten raus machen mach's sichern Sie mich? ja ich glaub der ist tot wer? unsere Zielperson verdammt ich rücke auf unsere Zielperson ist tot jetzt wo geht hier gehen Sie rein scheiße was ist jetzt los? ich kriege eine Übertragung scheiße ich sage wieder confirm point of origin radio check over radar 1 nothing heard out radar 2 be advised we've lost comms radar 1 be careful out geistes, Sniper haben Sie die äh seit drei runter und die Tür zu machen hinter dir ok Wir müssen hier raus? Ja, verstanden. Nachtsicht an? Nachtsicht ist an. Höre Schüsse? Ja. D1 Sniper sehe ich. Ja, ich sehe auch eine Leuchtspur. Aua, ich bin tot. Wann? Verdammt, ey. Wann ich so nicht holen? Komm da weg. Oh, verdammt. Der schießt ja auf mich. Der schießt die gute Finster. Wo sind die? Da ist... Was? Nee. Boah, wo schießt der denn her? Der kommt von links. Schuss auf, links von mir oder so. Von wo schießt der? Keine Ahnung, ich sehe den hier. Ich sehe hier keinen. Doch, von da hinten schießt der. Ich gucke mal, ob ich den sehe. Verstanden. Ich gucke mal auf Karte. Nein, ich sehe keinen. Doch, der ist hinter uns. Hinter uns rechts vom Gebäude und einer ist von vorne. Scheiße, aber den kann ich nicht sehen. Hinter uns ist keiner, ich sehe da keinen. Nein, nicht hinter. Hier, hinter dem Gebäude rechts. Also von hier aus. Der, der jetzt schießt, der ist aber hinten an dem anderen Gebäude. Da hinten. Also wenn sie zu dem Gebäude links von sich krabbeln, dann noch ein Gebäude weiter vorne. Da muss der andere sitzen. Ich schießt. Ja, verstanden. Warten Sie mal. Ich versuche mal, mich aufzusetzen, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Bleiben Sie unten. Ich bin getroffen. Ich kann da nicht wegkommen, das gibt es doch gar nicht. Ich bin wieder da. Ja, ich habe schon losgeheb. bin hinter dem gebäude steh hinter dem gebäude ja ich schnapp mir den jetzt auch einer müsste ganz weit hinten stehen ich seh den nicht k keine sicht ich bin hier aber ich sehe nicht ich habe keine sicht zu geben mach mal die karte auf die karte normalerweise wir sind jetzt hier der müsste genau ich bin jetzt draußen und niemand ich sehe niemand ja ja ich habe verstanden doch ich sehe moment du siehst du aber vorne ich bin ja hin ich habe ihn lokalisiert ja ich sehe seinen strahl ich bin jetzt hier ich bin da können sie mich holen aber vorsicht machen wir lieber ein neustart der hoxen auch nicht mehr da ist mache neustart links von uns ist drei stück sehen mal jetzt so nächster versuch freunde wir müssen darüber sind wir ich bin schon bist du da neben dir alles klar weil du nix sagst du bist du da steht links von uns schräg links da ist einer sind zwei einer weit hinten und eine einheit direkt vorfront rechts vom auto da irgendwo muss der sein noch mal vorsicht einer ist ganz weit hinten und eine ist hier rechts irgendwie an der hütte sich kontakt mal eben wieder meinen night stalker ausrüsten versuch mal zum wagen zu kommen ich weiß nicht ob das klappt wenn der da hinten sitzt ich bin unterm haus her gekrabbelt bin fast am wagen da ist keiner der komische sniper der ist da hinten wieder drin der ist da hinten im wald ja verstanden der ist da hinten in am fahrzeug ich bin kurz hinter ihm also der schneider im wald da müsste hier irgendwo sein ja irgendwo hinter der hütte da weiß ich war ja in der hütte drin hat er mich erwischt weiber sie ehrlich waren sind versucht den weg zu machen ja vor uns 100 meter soll jemand sein negativ drück mal auf 14 also snipe ist weg ja der war da hinten oder was links um die hütte links um die hütte rechts rum links ja verstanden hier vor bleiben sie hier doch rechts rum ja ich sehe den zielfern fernrohr verpassen sagt er hat mich nicht sehen oder sitzt wo ich liege na ja da ist eine tonne ja genau zwischen der tonne durch rechts und am haus da siehst du seine birne da sitzt er von da trifft sie nicht ist es den von hier kannst du mich holen wie kann man ja ich habe gedacht hinter der tonne sieht er mich auch nicht weil das haus dazwischen noch genau dazwischen schießt jedoch bleibt aber ich habe gedacht hat haus gibt noch ein winkel ja du bleibst jetzt da ich spore ja nur wenn du lebst kann ich sporen ja ich verstehe und dann kommst du zu mir verstanden also bleiben wir am leben freunde solange es geht da hinten seht ihr übrigens das fadenkreuz zu dem busch könnt ihr das sehen da hinter der tonne seht ihr das um so einen kleinen baller kreuziger 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 da sind zwei sie zwei leuchten sind sie wieder da kreuziger 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 zieldinger aber sie müssten mich dann ach so ich soll dann doch kommen zu ihnen ja dann machen wir mal einen neustart das machen wir auch so 24 sekunden und dann sehen wir hier oben ist einer aber hier wird nur einer angezeigt es könnte sein dass wir uns doch vertan haben er ist nicht mehr da ich bin gerade auf der karte gesehen ja der müsste noch da sein direkt hinterm gebäude fassen sie auf wenn sie der schießt durch die fenster ich habe mal gesagt er schießt durch die fenster zwei stück zwei also doch zwei wie ich vermutet habe um der scheibe situationen wenn sie sich so hin dass ich sporen kann ja hinterm haus gerade war ja ich versuche gerade was moment wenn sie ja wenn sie ja rein krabbeln können sie mich holen moment muss ich aufstehen der bückt sich aber dann moment ich versuchs funktioniert ich bleibe unten ja kommen sie raus ich versuche durchs fenster zu schießen ob ich den treffer sie allerdings nicht und wird nichts ich habe doch den jetzt wieder los bei den nightstalker ausgewählt wieso hast du denn eine andere waffe wenn du sporen also wieso habe ich jetzt eine andere waffe ich habe eine andere waffe in der hand warum hast du vielleicht du hast ein maschinengewehr in der hand na super hast du beim sporen den grenadier genommen aber unbeabsichtigt ich würde nicht ich habe das aber nicht erwarten sie doch klar kriegen wir den sie liegen doch irgendwo ich liege doch irgendwo dabei kriegte ich doch muss den ersten holen schweiget ihr Schreifire! Ich lebe noch, jetzt nicht mehr, ich bin tot. Ich habe die Waffe gewechselt. Wo bist du im Gebäude? Ja, tot schon, aber wo? Im Gebäude? Nein, außerhalb, außerhalb. Die schienen jetzt beide auf dich. Aber du könntest mich holen. Richtig mal am Boden. Mal am Boden legen, genau. Und dann mal langsam herkrabbeln. Weil die zielen alle nach links gerade. Ne, der zielt auf mich, scheiße. Der kriegt, der zielt auf mich, verdammte Scheiße. Komm nicht ran. Ja, dann bleib da, ich komm. Ja. Ja. Oh, schwer. Ja, der ist... Der zielt unter diesem Ding durch, ey, scheiße. Wir können versuchen, ob wir den so kriegen. Aber da ist nichts zu sehen, seht ihr. Wir müssen da ja auch eigentlich gar nicht hin, wir müssen auch 19 Meter nach oben, ne? Bleiben Sie, wo Sie sind. Bleiben Sie, wo Sie sind. Bleiben Sie, wo Sie sind. Schwer, den da zu kriegen. Schießt er auf Sie? Erster down. Boah, geil. Wo ist der denn? Können Sie da von sich aus besser? Nichts machen. Der zielt auf Sie. Nichts machen. Verstanden. Ganz so, wo Sie sind. Er muss genau hinter der Hütte sein, ne? Ja, sauber. Ja, sauber. Watchtower, Raider 1, Radiocheck, over. Raider 1, Watchtower. Sen, over. Komm, komm her. Be advised, multiple enemy dead. One times friendly, tight through casualty, walking wounded. Trucks on his feet now. Further to my last, the enemy we engaged, we're not syndicate. They look way higher up the food chain. Definitely Chinese, maybe CSAT. But their equipment is pretty advanced. Prototypes, maybe. There's no sign of Warlock. This whole situation... Wait. Looks like another hack, Watchtower. It's fantastic, over. We gave you instructions. You failed to follow them. I don't know what you're trying to tell me. We did everything you asked. What did you expect? That we could manage them alone? It was your man who found. Watchtower, is this who I think it is? You do not want to die today. Lower your weapon. Very good. Get out of the way. Watchtower, what's our play? Radar 1, primary exfil compromised. Heavy enemy QRF moving into any area. What's the problem? Yeah, we have a little bit more. Just to move to the secondary exfil. Over. Roger, your last. Moving now. Interrogative. Can you confirm the origin of these broadcasts? Over. And, uh... The smoke is on the task at hand. Out. Raider 2, move to grid 0-2-3-0-6-1. We'll RV and set grid. Out. Ich nehme ein. Und Sie ein. Haben Sie? Ja. Und los. Die leuchten uns aus. They're popping flares Raider 2. Be careful. Out. Haben Sie gehört? Ja, verstanden. Die leuchten uns aus. Wir gehen rüber zu den Bäumen. Ja, los, go. Müssen nur noch abhauen. Bleiben im Schatten der Bäume. Auf jeden Fall. Weiße, lange, lange Fläche. Ja. Bleiben aber links davon. Ab zu dem nächsten Baum. Ja, los, go. Go, 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 go. Die leuchten uns aus. Die leuchten uns aus. Bin da. Weiter. Boah, was hat denn hier für'n dickig? Sind Sie hinter mir? Ja. Leise, leise, leise. Verstanden. Siebenhundert Meter. Ja, langsam. Hier sind wieder Bäume. Im Schatten der Bäume. Absolut, immer. Gut. Hauptsache, ich komme nicht hin. Runter. 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 Marsch, marsch, marsch. Bleiben Sie links, 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 links. Runter. Scheiße. Komm näher. Au. Fuck. Jetzt wollen Sie es aber wissen, ne? Ist nicht gut. 600 Meter noch. Wom bewegen Sie sich denn? Mit dem Schatten bleiben. Die laufen aber nicht im Schatten. Okay. weiter. Go, go, go. Ich sehe Lichter. Ich sehe Lichter. Runter. Unten bleiben. Taschenlampen voraus. Unten bleiben. Unten bleiben. Schatten. 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 100 Meter. Just up ahead. Komm, ich gleich auf ihre Höhe. Schossen. Schossen? Schatten. 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 Raider 2 in Kontakt mit dem Schatten. Out. 3 down. Ich habe 3 down, aber ich habe noch zwei Lichter vor mir. Komm auf deine Höhe. Ich bin down. Ich auch. Okay. Stand by. Stand by. Äh. Oh. 팩.